Eine Kahnfahrt in der wildromantischen Kirschnitzklamm, verbunden mit einer Wanderung, kann ich nur jedem Besucher der Sächsischen Schweiz empfehlen. Ich startete frühmorgens am kostenpflichtigen Parkplatz Buchenparkhalle bei Hinterhermsdorf und lief dann ganz gemütlich zur Bootstation, sodass ich wohl etwas mehr als die angegebenen 45 Minuten bis zur oberen Schleuse, bei der die Boote starten, benötigte. Die Strecke geht über leicht begehbare Wege überwiegend bergab. Die einfache Bootsfahrt dauert rund 20 Minuten und kostet zwischen 5 und 7 Euro. Der erste Kahn startet um 9.30 Uhr und der letzte im Sommer wohl um 16.00 Uhr und ansonsten um 15.30 Uhr. Fast lautlos gleitet dann das Boot durch das Wasser der Kirschnitz, die im tschechischen Krasnalipa entspringt und nach 38 Kilometern in Bad Schandau in die Elbe mündet. Früher wurde der durch Wehranlagen aufgestörte Fluss ausschließlich zum Flößen der gefällten Bäume genutzt. Doch bereits vor gut 140 Jahren wurde der Fahrbetrieb für die sogenannten Sommerfrischler aufgenommen. Der Bootsbetrieb beginnt jedes Jahr etwa Anfang April bzw. Ostern und endet am 31. Oktober. Nach 700 Metern Fahrstrecke erreicht man die Staumauer, an der das Wasser tosend in die Tiefe stürzt. Für den Rückweg stehen ganz nach Kondition und Geschmack verschiedene Optionen zur Auswahl. Die Route über das Hermannseck, eine etwa 20 Meter lange und nur ca. 50 cm breite Felsspalte, in der Trittstufen befestigt sind, ist aber mit Sicherheit die spektakulärste Variante. Egal, welche Route ihr für den Rückweg auch wählt, es geht jetzt überwiegend bergauf. Doch bietet die Landschaft unglaublich schöne Aussichten. Leider hat auch im Kirschnitztal der Klimawandel inzwischen eindeutige Spuren hinterlassen. Am späten Mittag war ich zurück am Parkplatz und die Energie erreichte noch für eine weitere Wanderung zum Kuhstall und der Himmelsleiter. Auch diese Tour hat mir extrem gut gefallen und ich werde ein gesondertes Video einstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.